»Also, du hattest gar nicht von, mit mir zu teilen, Caridja. Chasu, ich habe es geahnt, dass du mich hintergehen würdest.« Verächtlich spiel Kodnas über die Reling. Sanin brummte zufrieden. Sicherlich hatte es Kodnas und seine Kindes der südlichen Inseln nicht zwingend gebraucht. Hätte er sich früher mit den Schiffen seiner Tochter vereinen können, aber von Anfang an hatte ihm die Idee, eine schelmische Freude bereitet, den Piraten zu benutzen und am Ende mit leeren Händen dastehen zu lassen. »Alterst du etwa vor, bei Koruschkan zu teilen?« »Du bist doch nachtragend, alter Mann, damit sind wir quiet.« »Vergiss nicht, dass ich dich vor der Wiedergeburt bewahrt habe.« Kodnas Auge zuckte. »Wie ich sagte, damit wären wir alleine fertig geworden. Aber ich behalte es in Gedanken, damit revanchiere ich mich eines Tages.« Sanin streckte ihm zum Abschied die Hand entgegen, doch Kodnas schlug sie aus. »Soweit seht ihr noch nicht, Bruder.« Mit diesen Worten kehrte Kodnas auf sein Schiff zurück. Sanin sah den gelben Segeln der Tiger von Maraskar noch lange nach. Insgeheim freute er sich auf die nächste Begegnung, nur hätte er dies nie zugegeben. Ihr habt Sorak erreicht. Vor euch ragt der Vulkan in die Höhe, von dem Boltax seit geraumen Jahren spricht. Kapok nannte ihn Tschab Tabungappa. Berg, der Leben frisst oder Berg, der immer alles tötet. Angroschminia nannte ihn Ingrim Schlund. Was genau der Geode Boltax zu finden hofft, wisst ihr nicht genau. Doch sein Vulkanglas Dolch zeigt bestimmt auf den Berg. Uralte Geheimnisse lassen sich hier finden und eventuell könnt ihr einige davon gegen Darian Palligan einsetzen. Der ehemalige Urwald und das dichte Gewächs ist verschwunden. Was auf der anderen Insel so grassierte. Hier warten nur eine rauchige, rosige Landschaft auf euch, die lebensfeindlich jeden Wanderer mit sich nehmen kann. Und so beginnen wir. Ich liebe den Geruch von Magma am Morgen. Nicht wahr? Nun ja, eine sehr spezielle Umgebung. Nicht sehr ein Land, wie mir scheint. Und nun, Angrosch hat seine Pforten weit ausgebreitet. Nun, ich freue mich. Einen Arten kann ich leider nicht erkennen. Müssen wir Sora mit den Booten. Ja, das wird schon recht sein. Nicht wahr, Kapitän? Wie sollt ihr eine günstige Stelle zum Ankern suchen? Lass noten, Steinmann. Was erwartet uns dort? Wolltags, oder wisst ihr das überhaupt? Nun, Magma und Lava und Vulkansteinen. Und vielleicht das ein oder andere elementare, ausgestaltete Wesen. Und etwas ganz Besonderes im Inneren. Außerdem viele Edelsteine. Ja. Und deswegen sind wir hauptlich hier wegen diesem Edelstein, ich wahr? Äh, ich spreche für euch selbst. Wir müssen diese Reise schließlich irgendwie finanzieren. Ja, 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 nun, aber es geht um das, was im Vulkan ist. Nun, da ist meistens Feuer, soweit ich weiß. Magma oder Lava, je nachdem, wo man sich befindet. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sorten von Feuer? Wenn das eine austritt, nennt man es so. Wenn es noch unter der Erde ist, so. Ah, nun, in dem Fall geht es ohnehin mehr um das Heiligtum, nicht wahr? Ja, richtig, richtig. Dort ist, ähm, ein ganz besonderes für uns Gioden sehr wichtiges Heiligtum. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Ihr müsst eure Augen an der Pracht selbst weiden können. Nun, ich sehe nur verbrannte Erde. Von Pracht kann ich hier nichts erkennen. Ach, lasst euch darauf ein, Abelmir. Ja, aber Boltox, kann man hier denn überhaupt drum laufen? Ich dachte, dieses Lava-Zeug ist ganz heiß. Und ihr lauft ja auch nicht auf der Lava, ich bitte euch. Ja, das weiß ich doch nicht. Wenn du auf der Lava laufen würdest, Rafim, dann, ähm, ja, naja, dann würdest du von Mangrosch frittiert werden. Oh. Oder wir würden erkennen, dass du die ganze Zeit... Nun, ja, nicht überall. Ah, okay. Ramin, äh, was wolltest du sagen? Ach, nichts. Ich meinte nur, oder wir würden erkennen, dass Rafim die ganze Zeit heimlich ein Feuerelementar war. Oh. Naja, das wäre ja auch was Feines. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Feuer das, äh, maßgebliche Charakteristika von ihm ist. Gehört dieser bezaubernde Geruch auch dazu? Efe. Es riecht nach nachher verfaulten Eiern. Ja. Hört mit dazu. Ihr erinnert euch doch noch, als wir am Schlund waren. Ja. Leider. Ah, gute alte Zeit. Nun ja, man kann das so sehen oder anders. Wir hatten einen fantastischen kleinen Plausch mit Xenos. Den habt ihr auch genossen, Abelmir. Ich erinnere mich noch gut daran. Naja, der Mann hatte einen sehr schönen Hund. Jaja, jetzt habe ich auch einen Hund. Ja. Grosho, komm her, oh, schau dir das an. Ja, siehst du. Ähm, aber Boltax, du hast doch gesagt, das Ding ist hier so ein heiliges Ding, ne? Ja. Kann man dann überhaupt irgendwas mitnehmen? Nun, was die Herrin Sumo euch bereit ist zu geben? Ähm. Das ist eine sehr indifferente Aussage. Ja. Aber Grosho, dann Hund und mitnehmen. Wollt ihr irgendjemanden mitnehmen oder geht ihr alleine rüber? Naja, haben wir jemanden, der sich gut mit Vulkanen auskennt? Haben wir so jemanden angeheuert? Tja. Roshminia auf jeden Fall. Mhm. Das fände ich schon sehr schön. Romantischer Spaziergang in der Lava. Man ist auch rausdrücken. Oh, das hat doch was. Natürlich, natürlich. Dann werde ich wie immer auf das Schiff aufpacken, um aufpassen, Abenteuer. Ja, das klingt nicht nach einem Ort für euch, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, wenn der irgendwo eine Seeschlange da oben entdeckt, komme ich halt auch mit hoch, aber meine Aufgaben sind das mal hier. Ich glaube, die Seeschlangen befinden sich eher in der See und weniger im Vulkan. Ja, vielleicht eine Magmaschlange. Kann man nur rein? Weiß ich doch nicht. Ich glaube nicht. So machen wir das ja mal. Dann springt man immer vom Schiff runter und dann tanzt man immer auf dem Rücken bis zu dem Kopf und dann schlägt man den Kopf ab. Wenn ihr sie reiten wollen würdet, würdet ihr euch wahrscheinlich die Schenkel verbrennen. Äh, verzeiht, den Schenkel verbrennen. Abenteuer. Bolltags. Abenteuer. Ja. Dann klackt da mal nochmal in seinem Holzbein. Lass die Boote klar machen. Wir setzen über. Boote klar machen. Klar zum Abenteuer. Bolltags müssen wir noch irgendwas beachten. Etwas mitnehmen, was uns später vielleicht den Hals retten könnte. Nun. Hm. Vielleicht ein paar Getränke. Könnte warm werden. Da ist es immer gut, durstig zu sein. Andererseits vielleicht verdampfen die Getränke auch. Ich würde sie vielleicht lieber hier lassen. Wir kriegen das schon hin. Unsere Rüstung hier lassen. Nun, äh, ich werde ohne Rüstung gehen, selbstverständlich natürlich. Aber ich, ich möchte euch nicht vorschreiben, wie ihr die Insel betretet oder auch nicht. Spätestens im Heiligtum werde ich natürlich alles ablegen, wie es sich gehört. Vielleicht sollten wir einen, äh, Pasten mit Brandsalbe mitnehmen. Es kann vielleicht nichts verkehrt sein. Nun, äh, ihr werdet das möglicherweise brauchen, spätestens, wenn, äh, es der Prüfung des Feuers kommt. Davon habt ihr nicht gesagt. Was für eine Prüfung des Feuers? Nun, äh, das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Also eigentlich ist es recht einfach. Es ist, äh, ihr seid ja jetzt alle schon erwachsen, nicht wahr? Und ihr habt die Prüfung des Feuers nie abgelegt. In Schritt, durch die Wand. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ah, Menschen, Menschen, Menschen. Ist das ein Übergangsritus, den Zwerge absolvieren, wenn sie erwachsen werden? Ja, gewissermaßen schon. Ähm, nun, ihr solltet vielleicht Angroschminia fragen. Die kann euch das besser erklären. Immerhin ist sie Geweihte von Angrosch. Was soll ich euch denn, was soll ich euch denn erzählen? Hallo? Habt ihr von mir gesprochen? Ja. Diese Prüfung des Feuers, was ist das? Achso, die wollt ihr machen? Bin mir nicht ganz sicher, ob ihr das schafft. Wir wollen erstmal wissen, was es ist, bevor wir sie ablegen. Und eventuell dies sogar ablehnen. Und eigentlich ist es ganz leicht. Das macht jeder von uns. Also Zwergen. Ja, sogar schon vor 35, ne? Natürlich, natürlich. Es ist quasi das Zeichen, dass man übergeht vom jungen Zwerg zu einem vollwertigen Mitglied der zwergischen Gesellschaft. Also ich glaube, umgerechnet würdet ihr das dann mit 16 machen. Ja, aber ich bin keine 16 mehr. Wird es höchste Zeit, Raffin? Wird es ja höchste Zeit. Also zumindest nach Zwergenmaß streben. Aber wir sind ja auch ein bisschen zäher als ihr Menschen. Wir halten ja viel mehr aus. Kann ich nur verstehen, wenn ihr dann abbrechen wollt oder wenn eure Füße dann heiß werden. Wie habt ihr beide abgelegt? Natürlich. Nun, bei mir war es begleitet durch meinen geodischen Lehrmeister. Ich muss sagen, während dieses Rituals hat die Lockerung des Bandes, dieses Seelenbandes zwischen mir und meinem Bruder stattgefunden. Es war für mich eine heftige Sache. Aber jetzt, wo ich ihn wieder gefunden habe, kann ich gar nicht erwarten, erneut durch die Feuerwand zu schreiten. Äh, ja, also, du sagtest Feuerwand. Ja. Ja. Ich glaube, ihr solltet mir Salbe mitnehmen. Wir finden bestimmt schon eine schöne Stelle für euch. Ich bin sicher. Also ich soll mitkommen, ne? Habt ihr schon so richtig verstanden? Ja, das... Ich freue mich da schon voll drauf. Ich freue mich da auch drauf, weißt du. Ich werde dir den Vulkan zeigen. Gehen wir händchenhaltend? Ja, wenn du magst. Gerne. Oh. Also gut, dann. Auf in die Boote. Ihr wisst schon, dass dies eine ernsthafte Expedition ist und kein Landausflug ist. Ja, deswegen hab ich meinen Hammer mitgenommen. Mhm. Nun gut, ich wollte es nur einmal betonen. Ja, also ich lasse meine Rüstung hier, weil sonst hab ich keine mehr. Tja, das ist gut. Irrjahn-Leder hab ich jetzt auch nicht. Ich hab gehört, das ist feuerfest, aber ich glaub, wenn man in einen Vulkan fällt, dann stirbt man trotzdem. Auch wenn man Irrjahn anhat. Vielleicht weiß der Diamant ist ein bisschen was dazu. Über Vulkaner? Nein, ich weiß da gar nichts zu. Und wenn man mit Irrjahn-Leder in einen Vulkan fällt, hilft das? Ich glaub, Irrjahn-Leder ist zwar feuerfest, aber so feuerfest? Naja. Zumindest, vielleicht überlebt das Leder. Vielleicht finden wir einen Drachen. Vielleicht können wir uns ja mit der Drachenrüstung irgendwas bauen. Und dann können wir einen Vulkan springen. Ach, wir finden schon irgendwas Lustiges für euch. Ich denke auch. Kommt, Abel, mir. Seid mal nicht so. Lächelt ein bisschen. Ja, aber mir lächelt. Ein Drosch ist mit uns. Ja, mit euch vielleicht, aber ich habe nicht vor, in einen Vulkan zu springen. Ey, Mann. Nix angroschen, Mann. Dass das Berg da alles immer frisst, Mann. Berg, der immer alles tötet. Oh, so schlimm ist das nicht. Der Raphim, sie übertreiben bestimmt nicht wahr. Äh, nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die, da so Vulkane fordern schon mal das ein oder andere Mal Leben, aber dann eigentlich immer nur von Menschen, nie von Zwergen. Bei dem, Sumo nimmt es und Sumo gibt es auch wieder die Asche eines Vulkanes ist nun Sumos Geschenk. Mann, der Bäcker ist nicht umsonst, Chabtap und Kappa, Mann. Ja, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr müsst ja nicht mitkommen. Nun, ich muss ein Auge auf mich haben, sonst stellt ihr noch irgendein Blödsinn an. Ich und Blödsinn haben wir. Ich bin nicht hier, Alain. Aber es freut mich, wenn deine Neugier geweckt ist und du bist uns gerne ein Gast. Nun, die Goethe werden bestimmt ein Auge auf uns haben. Wir haben schließlich noch eine größere Aufgabe. Also, du möchtest uns gerne dabei haben, Voltax, ja? Sehr gerne. Nicht, dass wir uns aufdrängen oder so. Nein, nein, kommt ruhig mit. Ich meine, die Herrin Sumo hat euch ja schon einmal in ihrem Heiligtum willkommen geheißen. Er dürfte dies ein Problem darstellen. So, Abenteuer, die Boote sind bereit. Seht zu, dass ihr loskommt. Oh, will Alain gar nicht mitkommen? Ich weiß nicht, was mit dem ist. Wenn ich ihn sehe, schicke ich ihn sonst hinterher. Wir haben ja noch ein anderes Beiboot. Natürlich. Ich hatte ihn eben zumindest unten in der Sakristeida getroffen. Ich glaube, er wollte noch irgendwelche Blumen suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Seitdem wir das Praiotenschiff getroffen haben, spricht er von nichts anderes. Dieser Quagnone, das man hier unbedingt finden muss. Tja, schauen wir mal, wie weit uns das noch bringt. Ich habe da so einen Riecher für, dass wir bald irgendwas mit den Quagnonen brauchen. Ich glaube auch, nicht wahr, Rafim? Ähm, ja und ich habe gehört, sie sehen täuschend aus wie Pferde. Täuschend. Hä? Was? Ja, macht euch keine Sorgen darum. Richtig, Voltax? Ja, das ist richtig. Ich verstehe jedenfalls, wieso Yalan das Thema wichtig ist. Der Verlust des ewigen Lichtes muss schrecklich gewesen sein für die Praioskirche. Bin immer noch dafür, dass wir eins von den restlichen Lichtern stibitzen und es auf Darian Paligan werfen. Ich bin mir nicht sicher, ob Praios es gutheißen würde, wenn wir eine Licht stibitzen würden, wie ihr es ausdrücklich pflegt. Ja. Vor allem, wir brauchen weit mehr als Licht, um diesen Bacteria zu besiegen. Nun gut, lasst uns gehen. Sie werden schon ganz ungeduldig, die Matrosen da unten. Ja. So könnt ihr euer Beiboot betreten. Gemeinsam mit ein Groschminier könnt ihr hinüberrudern. Einige, ja, Strömungen, die ihr allerdings mit Diamantes Hilfe und natürlich auch mit Rafim starken Armen umgehen könnt. Und dann landet ihr an. Vor euch kein richtiger Strand, sondern nur noch ein Aschefeld, was schwarz und rauchend vor euch liegt. Und unter euch könnt ihr spüren, wenn ihr an Land zieht und das Holzboot dann an Land bringt, wo das Holz aufgeschabt wird und es einiges glasig kratzt. Der Sand unter euch ist, oder die Asche, ist unter euch angenehm warm. Und ihr sinkt leicht ein. Dies erinnert mich irgendwie an einer zykopologischen Insel, Palaka, von der ich gelesen habe. Dort sollen ähnliche Umstände herrschen. Nicht sehr gastfreundlich, wie mir scheint. Und hier spürt ihr Sumos Herzschlag und Sumos Wärme am meisten. Nun ja, ich führe nur Asche. Ja, also da hinten die Hügel. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen in die Richtung und dann werden wir sicherlich sehen. Wir haben sicherlich noch ein bisschen bis zu diesem Vulkan, aber es ist schon die beste Stelle, dass wir hier dann unser Boot an Land ziehen. Ich denke auch. Eine sehr gute Idee. Ist sie nicht clever? Mir ist zumindest nicht bekannt, dass hier irgendwelche Leute auf der Insel anlegen, aber auf den Inseln in Port Störrebrand haben die hier von einem Port gesprochen. Meint ihr, wir sollen die Beibote ein wenig verstecken? Also, wenn ich Kapok richtig verstanden hatte, ich hatte mich vorhin ein bisschen mit ihm unterhalten, dann ist der eigentliche Hafen, Neu-Bosparan, liegt auf einer anderen Insel, gehört aber dann dazu, als der einzige Hafen, weil man hier auf Sorak nichts bauen konnte. Ja, das war auch mein Wissensstand. Gut, dann habe ich wohl ein paar Störrebrande etwas falsch verstanden. Ich glaube, wir müssten hier nichts befürchten. Das Schiff liegt dort hinten und bevor sie uns angreifen, müssen sie an dem Schiff vorbei. Ich gehe auch davon aus. Wir werden es ja auch hören, wenn hier irgendwas passiert. Nun, fahrt schon an hier. Wir müssen dieses verdammte Boot an Land ziehen. Ja, Groschminia hilft natürlich und mit einem Kratzen des Holzes und der feinen Aschepartikel könnt ihr das Boot dann sicher an Land ziehen. Gott, diesen Dreck bekomme ich nie wieder raus. Voltax, du bemerkst, wie du anfängst zu schwitzen. Oh, ähm, schon etwas ganz Besonderes hier, nicht wahr? Was treibt mir? Ist dir auch egal. Nun, wir sollten uns auf den Weg machen. Deine Beine schauen sich schwer an. Mit jedem Schiff, du tust. Ja, wenn ich merke, dass es irgendwann nicht mehr geht, würde ich mich erstmal meines Obergewandes entledigen. Ja, du ziehst dein Obergewand aus und merkst wohl, das ist nicht nur Schweiß, der an dir herunterrinnt, das ist nicht nur einfach die Muskelkraft, die dir jetzt fehlt oder dass du tief einsinkst. Es ist so, als würde Sumo dich anziehen. Es ist so, als würde irgendetwas von dir fehlen. Es ist vielleicht ein gutes Fehlen, aber du fühlst dich geprüft. Nun, dies hier wird nicht so einfach, wie ich dachte, aber es wird gut. Klingt das eigentlich gut? Er schnauft so, Voltax. Ja, geht. Das ist dann. Voltax, ist das eine Schäfeprobe? Ja. Plus zehn. Ist das wirklich der richtige Moment, sich auszuziehen, Voltax? Nein, nicht geschafft. Ja, es ist wohl eher unbewusst, als du dir die kleine Mücke von deinem Oberarm streichst. Das merkwürdige Kribbeln auf deiner Haut bemerkst du gar nicht. Irgendetwas fehlt, aber du weißt nicht genau was. Du weißt nicht genau, wie du geprüft wirst, aber das ist Sumosreich. Und hier wirkt ihre göttliche Kraft. Du bist dir ganz nah. Ja, ich würde dann mal in die Asche fassen und mir auf den Arm die Elementsymbole aller sechs Elemente zeichnen. Also für jedes Element ein Symbol mit Asche auf den Arm. Ja. Ist gut, Sulamin. Vielen Dank. Sag mal, Voltax, wann habt ihr diese Kleidung zum letzten Mal gewaschen? Nun, ist eine gute Frage. Ja, also viel zu lange. Hier, nehmt sie, bitte. Ach, bei uns Zwergen nennt man das Kernig. Ja, richtig. Nun ja, verschiedene Völker haben verschiedene Ausflüge dafür, aber es ist, nun ja, es stört meinen Geruchssinn. Gibt sie Sulamin oder Rafim? Mit spitzen Fingern würde ich sie an, mal Sulamin weiterreichen, die Kleidung. Es ist nicht nett von euch, Voltax, andere Leute eure Kleider tragen zu lassen. Das gehört zur Prüfung. Wessen Prüfung? Sumo ist Prüfung. Mhm. Ich werde von Sumo geprüft, ja, ja. Jetzt darfst du an Voltax Prüfung teilhaben, Sulamin. Ich fühle mich schon sehr geehrt. Ja, ähm, sollen wir jetzt alle eben am anderen unsere Kleidung in die Hand drücken, Voltax? Ist das wichtig? Nein, nein, ähm, das gilt hauptsächlich für mich. Es ist, äh, wirklich heiß. Nicht wahr? Weil ich denke, Abel, mir würde gerne meine Sachen tragen. Nein, ich denke eher nicht. Also, wenn ich schon... Aber du uns sicher? Nun, wenn Voltax Kleidung schon so riecht, möchte ich nicht wissen, wie eurer riecht. Voltax, wenn ihr vorhabt, euch noch ganz auszuziehen, dann schlage ich vor, dass wir eure Kleider hier deponieren, bei diesen Steinen. Dann können wir sie auf dem Rückweg mitnehmen. Hm. Da muss ich mich ohnehin ganz ausziehen, das ist dann... Also vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht sollten wir dann vorgehen. Wieso? Ja, als wären wir nicht alle mittlerweile an den Anblick gewöhnt. Ich meine auch. Es ist hier jetzt nicht das erste Mal. Nun, ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr habt etwas zugenommen in den letzten Monaten. Ist das nicht fantastisch? Nun, ja, manche sagen so, andere sagen anders. Och, Abel, mir, ihr müsst nicht eifersüchtig sein. Im Alter werdet ihr auch noch meine Fülle erreichen. Ach, das... Naja, gut, wenn ihr das glaubt. Ich halte meinen Körper in guter Form. Naja, momentan sieht man noch nicht so viel davon, so dünn wie ihr seid. Da muss noch einiges auf eure Rippen kommen. Es ist wohl ein anderes Schönheitsideal bei Zwergen als bei Menschen. Mag sein. Nun, können wir weiter, oder müsst ihr euch noch mehr Dreck auf den Körper schmieren? Nein. Wieso Dreck? Es ist feinste Asche. In normaler Weise nennt man es Dreck, aber gut, nennen wir es Asche. Nennen wir es Sumus Atem, oder wie auch immer. Erwarten wir da eigentlich irgendeinen Eingang in Form einer Höhle, oder müssen wir den Berg ganz erklimmen? Nun, das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. So, beginnt ihr eure Reise. Über den Hügel geht es, bis ihr dann das weite Tal ablicken könnt. Ein brüchiges Becken, was vor euch liegt. Die Aschefelder werden weniger, dafür rotes, zerklüftetes Land. Eine rostige Tiefebene. Mit verwinkelten Schluchten und langgezogenen Felshängen, teilweise scharfe Kanten und ein schneidiger, sandiger Wind, der euch entgegen weht. Und tatsächlich, je näher ihr kommt, die Hügel hinunter, euch beißend ins Gesicht schneidet. Wie polierte Gesteinsplatten, die durch euer Gesicht fräsen wollen. Es ist fast so, wie der rote Berg, die Gore von Borbarad. Und der man nur Sagen und Legenden kennt. Und die sieben Gezeichneten, die damals davon berichteten. Hört ihr das? Der Elementare Wind prüft uns. Ich schmecke nur diese verdammte Asche. Ach, einatmen, ausatmen, Abelmir. Lasst den Wind eure Lungen füllen. Nicht gegen den Wind arbeiten, sondern mit. Dann muss sie diese Asche herunterschlucken. Nein, danke. Gebt mir mal bitte eine Wildnislebenprobe. Sie ist erst einmal erschwert um 10 Punkte. Ihr könnt sie aber erleichtern, und zwar durch Gebirgskundigkeit oder die Hälfte von Steppenkunde. Ich habe gebirgskundig. Alles klar. Hätte er sein können, dass du einen Höhlenkundig hast oder sowas? Nee, natürlich habe ich auch gebirgskundig. Und wie viel erleichtere ich sie dann? Plus 10 und dann minus 7, bin ich der Meinung. Ich wäre da so eine plus 3. Oh, okay, wow. Bist du gebirgskundig, Diamantes? Nein, bin ich nicht. Ich habe die plus 10 eingetragen. Ja, du hast sie auch geschafft, okay. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, bekommen 1,6 Schadenspunkte pro Stunde, die sich hier bewegen. Und während ihr nach unten in diese Tiefebenen, das zerklüftete Land geht, könnt ihr das Farbenspiel von oben betrachten, während ihr die Hügel hinunter geht. Der Wind hat sie blank geschliffen und bizarre Muster hineingefräst. Vielleicht eben auch einige göttliche Zeichen. Die Zukunft, die in den Stein gefräst wurde oder die Vergangenheit, die von uralten Zeiten erzählt. Einstmals war diese Insel vielleicht grün, aber seit dem letzten Vulkanausbruch hat sich ja vieles verändert. Ich würde mir dann wahrscheinlich nach einer Weile ein Seidentaschbruch aus meiner Tasche holen und in mir das vorgeschriebenes Gesicht binden, um die schlimmsten Ausführungen dieser Asche zu überstehen. Ich würde mir fasziniert die Gesteinsformationen anschauen und natürlich mit Angroschminia ein bisschen Händchen halten und sie auf interessante Gegebenheiten hinweisen. Ich würde gerne eine Gesteinskunde probe würfeln. Oh, sehr gut. Ja, man weiß, wie man jetzt sehr gern beeindruckt. Na klar. Naja, du kannst tatsächlich auch die wenigen Pflanzen finden, die du hier in dieser Umgebung siehst. Brennnesseln zum Beispiel. Natürlich, was sollte denn nicht sonst hier wachsen außer Brennnesseln? Knisterbeerensträuche, die du entdecken kannst, die besonders gefährlich sind, weil sie eigentlich gar kein richtiger Strauch oder Busch sind, sondern eine steinartige Wesensform, die ganz gerne mal, wenn du ihre Früchte berührst, in dir weiter wächst, bis sie dann aufplatzt und du der neue Knisterbeerenstrauch wirst. Ja, du kannst weitere Feldschnecken entdecken, Sandpilze, die man tatsächlich sogar essen könnte. Du bist ja nicht ganz sicher, ob die reif sind, aber man könnte sicherlich hier doch den ein oder anderen schmackhaften Sandpilz finden. Weiter entfernt in einer der Schluchten, nachdem du dann in der Entfernung sie entdeckt hattest, kannst du noch einige Gründlinge erkennen, also augenlosen Kreaturen, die so ein bisschen molchsähnlich sind. Und ja, so den ein oder anderen an merkwürdigen, schönen Gesteinsformen erkennen. Tsunami, du darfst deutender Zeichen würfeln, wenn du möchtest. Klar, gerne. Dürfen natürlich auch alle anderen, aber ich weiß nicht genau, ob ihr das habt. Das ist sogar gelungen. Nicht schlecht. Du achtest nicht nur auf das Farbenspiel, sondern auch auf den Wind, der hier aus verschiedenen Löchern herausweht, aus den Schluchten, das Heulen des Windes, was dann gemeinsam mit den Mustern in deinem Kopf einen seltsamen Klang verursacht. Und du fühlst dich versetzt in fremde Länder. Teilweise ist es schon harmonisch, aber es springt öfter mal hin und her, wenn der Wind sich dreht und dann aus anderen Löchern hineinbläst oder andersherum bläst. Und mal hast du das ferne Wimmern der Zyklopeninseln vor dir, dann klingt es mehr nach Maraskhan. Dann klingt es nach der Choryptik, wo ihr seid. Und dann wieder einmal hast du die fernen Buschtrommeln der Tokamuyak vor deinem geistigen Auge. Uturia, das heilige Land. Und dann guckst du dir wieder diese merkwürdigen Gesteinsfarben an, dieses Fräsen des Windes und das Licht, was dann hier durch den Vulkan und durch die Sonne geworfen wird. Und dann ist dir so, als würde die Sonne spiegeln. Grün, blau, rot. Die Sonne nimmt all die anderen Farben an. Wie ein, wie ein Uhr, wie eine Lichtuhr. All diese Gedanken, die dir in den Kopf kommen. Nicht das, die dich an eine springende Insel erinnert fühlen. Das ist so, wie ein bisschen. Nein, das ist so, wie ein bisschen. Musik Musik Musik